Wir sind in dem Affenwald, da sind ja die schwarzen Affen oben. Das ist sehr weit, die kommen selten hier runter. Hier, da kommt sie auch schon näher zu uns. Die zwei hier. Das ist so ein Affenwald, der ist eben immer so ein Campingplatz für die Einheimischen. Das ist der Regenwald. Der macht Pipi. Hier, der eine Affe. Irgendwie, es regnet irgendwie so. Das ist ja auch, ne? Das ist ja auch. Die sind so aktiv oben. Wir springen von einem Ästen zu den anderen. Das ist ja auch, ne? 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 Ich wünsche euch auch ein normales Mal. Darum, darunter. Darum, darunter. Darunter.